Hallo, mein Name ist Ira Marom, ich bin Künstler und Gründer der Sandmedia-Plattform aus Köln. Mit dem hochwertigen Kunstdruck einer Rose, mit großem Aufwand auf eine mineralische Oberfläche gedruckt, entsteht ein Kunstprojekt, das das demokratische Verständnis in diesem Land aufwerten möchte. Jede Betrachtung impliziert den Gedankengang, welche Verantwortung wir für dieses öffene System haben. Sandmedia unterstützt das Gedankengut der Förderung eines direkten Demokratiesystems und bietet den Freunden dieses Vereins die Möglichkeit, durch dieses besondere, symbolträchtige Weihnachtspräsent die Botschaft schenkend weiter zu vermitteln. In der gut verpackten hellen Holzkiste mitgeschickt, wird auch das von mir unterzeichnete Editionszertifikat. Abzüglich der Produktionskosten gehen die Verkaufserträge, diese auf 100 Stück limitierten Edition, in die Finanzierung von Projekten des Vereins für mehr Demokratie. Wir freuen uns auf diese Weise, unseren Beitrag für eine Demokratie von unten leisten zu können und mit der Kunst eine Brücke zwischen Demokratie und Wählern zu schlagen.